Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Heute wird es um Roadmap Update gehen, um Swerge Rework, verbundene Slayer, Himmelsfischen, Story-Missionen und ich möchte noch zwei, drei Fragen von euch beantworten, die mir ein bisschen aufgestoßen sind, oder ja, aufgestoßen ist das falsche Wort, sondern die mir im Gedächtnis geblieben sind, beziehungsweise wo ich glaube, dass ich ein bisschen falsch verstanden werde. Und zwar geht es auch einmal um das Swerge Rework, also natürlich, klar, holen wir das gerade als Thema mit rein, es ist gar nicht hier auf der Roadmap mit aufgeführt. Ihr seht im Hintergrund, wenn ich das jetzt alles richtig geschnitten habe und so weiter, seht ihr wieder das Video von gestern, also wo man ein bisschen sieht, wie das Swerge, oder das Schwert, jetzt bleiben wir mal im Deutschen, wie das Schwert halt neu zu spielen ist. Es ist ein bisschen anders, es ist viel, deutlich vielseitiger, es kann richtig Schaden machen, es kann auch wenig Schaden machen, es ist sehr wahrscheinlich sehr, sehr skillabhängig und auch wahrscheinlich ein bisschen bildabhängig, was man da so auswählt, wie man dann spielt und so weiter. Gut, das war das Spiel eigentlich schon immer und da komme ich auch gerade zum ersten Punkt, weil es zwei, dreimal in die Kommentare geschrieben wurden, ja, die ganze Zeit waren jetzt die Striker-Meta und jetzt wird wahrscheinlich Schwert-Meta und so weiter. Nur mal so, stelle ich jetzt mal so als These in den Raum, beziehungsweise schaut euch doch mal tatsächlich das Video an oder die Videos an. Findet ihr, dass der Schaden so krass hoch ist? Dass der so unbalanciert hoch ist? Ich erinnere nur mal bei den Strikern, da bist du am Anfang, da haben die anderen Waffen gefühlt 200, 300 Schaden gemacht und die Striker haben weit über Tausende von Schaden gemacht mit ihrem Clab und so weiter. Aber jetzt, ein Clab von einem Striker haut immer noch ordentlich rein, ein Hammerbollert ordentlich rein und das Schwert bollert halt jetzt ordentlich rein. Die Pistolen mit Geschwindigkeit rotzen richtig rein. Also ich finde, von der Balance kommen sie doch so langsam einem ausgeglichenen Spiel relativ nah. Auch der Speer ist richtig wichtig geworden. Ich glaube, die einzige Waffe, wo ich sage, okay, die ist jetzt relativ unbeliebt, was jetzt, ja, wobei das bei der Eskalation nicht stimmt, aber die unbeliebt ist Richtung Trials und so weiter, ist die Axt, oder? Ja, ansonsten kann man doch alles eigentlich spielen. Man kann die Kettenklingen spielen, man kann das Schwert selbst heute schon spielen, man kann die Pistolen mittlerweile spielen, der Hammer sehe ich immer öfter. Natürlich ist es immer alles noch ein bisschen schlechter als die Striker, gar keine Frage, aber es ist doch deutlich näher beisammen, als es vorher war. Jetzt werden die Schwerter wahrscheinlich noch mal gebufft, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Guckt euch mal meine letzten ein, zwei Builds an, also das Bild, das heute kam, beziehungsweise das Bild, das auch morgen kommt, und da haut das Schwert jetzt schon richtig rein, wenn man es richtig spielt, wenn das Monster mal am Boden liegt und so weiter und das eigentlich ohne irgendeinen Skill, da muss man einfach nur voll reinrotzen. Ja, und jetzt mit dem Sword Rework, sage ich mal, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich viel mehr Schaden ist und wir wissen auch nicht, welche Builds die gespielt haben, ob die sich vielleicht hier auch immer Cutter reingeballert haben, weil schaut mal, unten die Tränke sind sehr oft auch genutzt, also könnte es sein, dass da sehr wohl auch Cutter schon mitwirkt und dann wäre das gar nicht mehr so stark, finde ich. Ist mal so meine Meinung, ja, oder es ist ordentlich, sagen wir es nur so, da kommen auch mal 2.000, 3.000er Schadenszahlen, 1.000 Schadenszahlen, aber 800, 600, was weiß ich, aber das kriege ich ja mit den Strikern, Pistolen oder sonst was, kriege ich das ja genauso hin. Ja, nur mal so am Rande. Ja, aber bin ich mal auf eure Meinung gespannt, und seid ihr wirklich der Meinung, aufgrund der Videos, dass das Schwert, sage ich mal, zu stark wird? Meine persönliche Meinung, nein. Ich kann mich natürlich täuschen, es kann natürlich zu stark werden, etwas stärker als die Striker und so weiter. Ob ich das jetzt so schlimm finde, weiß ich jetzt nicht. Ja, und man muss sie dann ja auch sehr erstmal so spielen können, das wohlgemerkt. Ich denke, dass das Schwert schwerer zu spielen wird, als die Striker, das glaube ich schon. Ja, und also um sie wirklich richtig zu beherrschen, man muss eigentlich sehr, sehr viel im Auge behalten. Man muss den Äthermeter im Auge behalten, man muss hier diese, wie heißen sie, also diese sechs Punkte da im Auge behalten, die Tapferkeit oder wie sie heißt, muss man im Auge behalten. Man muss die Laternen im Auge behalten, wann zünde ich da was. Oder man muss die Kombos im Auge behalten, welche Kombo drücke ich wann. Also es ist schon relativ vielseitig, sage ich mal. Und ich denke, es wird nicht so einfach, da richtig Schaden zu machen. Und es war auch ein Video war auch dabei, ich weiß nicht, ob ich es mit reingeschnitten habe. Sorry, dass ich jetzt so lange darüber philosophiere, aber es ist vielleicht mal ganz interessant. Ein Video war dabei, da haben sie die Prüfung Sherrock gemacht mit zwei Schwertspielern. Ich weiß nicht, ob ich das Video reingeschnitten habe. Und da haben sie bei 40 Sekunden oder so was, hatten sie auf Half-Life 40 oder 45 Sekunden oder so was. Fand ich jetzt nicht so krass beeindruckend. Da laufen die bei 1,30, 1,40 aus im Team. Wow, hatten glaube ich auch Mast gesetzt und alles. Also finde ich jetzt nicht so krass stark. Ja, klar, da geht vielleicht vom Gameplay her noch was. Keine Ahnung, aber es war jetzt nicht so, dass die den Sherrock in 40 Sekunden wegrotzen. So war es nicht. Und so waren die Striker am Anfang. Das war wirklich massiv viel stärker als alles, was wir vorher gesehen haben. Ja, das nur mal so dazu. Und dann ein anderes. Ich habe ja, wie ich schon sagte, das Schwertbild jetzt noch vorgestellt, dass ihr noch bis nächsten Donnerstag spielen könnt. Und was richtig geil ist, auch morgen kommt noch eins. Sie machen richtig Laune. Könnt ihr auch mit der Sherrock, also Quatsch, nicht mit der Sherrock-Waffe, mit der Torgadoro-Waffe oder Makarion-Waffe zumindest mal relativ ähnlich umbauen, logischerweise. Die Zellen sind ja frei. Ja, und könnt da richtig Schaden reinrotzen. Macht richtig Laune. Ich habe es jetzt gezeigt mit der Trax-Waffe, also mit der Schatten-Waffe. Es ist richtig cool, macht richtig Spaß. Ich hatte da einen Mittag, habe ich da so ein bisschen mit dem Schwert rumgefuchtelt. War richtig cool. Bekam ich jetzt allerdings die Kritik, wahrscheinlich sogar die berechtigte Kritik. Cruz geht raus an Double Reserve, der gesagt hat, ja, jetzt kommen nur noch diese Katalysator-Builds und so weiter. Ja gut, Katalysator ist halt jetzt neu. Ich möchte halt schon ganz gern ein bisschen die Kata-Builds zeigen. Die Builds ohne Katalysator habe ich ja schon auf meinem Kanal. Guckt euch da gerne in den Playlists um. Wahrscheinlich ist jetzt sehr oft Kata dabei. Ich werde es aber sehr wohl zur Kenntnis nehmen und auch mal Builds wieder machen ohne Katalysator und so weiter. Da nur auch wieder an euch. Wenn ihr euch so schwer tut, Kata zu bekommen, also ich verstehe das schon. Man kann nicht jede Jagd mit Katalysator spielen. Das ist viel zu teuer. Das macht kein Mensch und so weiter. Man will dann auch mal mit Leitung und so weiter spielen. Da baut es doch eben genauso um. Kata ist ja nur eine Zusatzzelle. Da holt Kata raus und macht Leitung dafür rein. Da seid ihr halt ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger durchschlagskräftig. Durchleitung werdet ihr aber wieder schneller. Und das ist dann im Prinzip das Build. Also ihr könnt dann einfach auf die nächste Metastufe sozusagen gehen. Entweder spielt er mit Ingenieur, stellt Masten auf, holt Inji mit rein, ihr holt Regulation mit rein, weil er die Laterne spammen wollt. Oder ihr holt halt eben Leitung mit rein, weil er die Gruppe schneller machen wollt. Viel mehr würde ich da jetzt auch nicht machen. Oder ihr baut komplett um und holt noch einmal halt eine Zusatznutzenzelle. raus. Das wäre rein theoretisch auch noch möglich. Also ich verstehe schon die Kritik. Werde ich auch wahrnehmen. Trotz allem möchte ich halt sagen, im Moment ist halt Kata einfach Meta. Kata möchte ich zeigen. Kata macht auch Spaß. Ich bin auch nicht so ein großer Kata Gegner. Ich finde das eigentlich cool, dass sie da wieder eine Vielseitigkeit reingebracht haben, dass man sich überlegen muss, okay, hole ich einmal Leitung mit zur Prüfung, laufen alle mit Kata rum, holen wir überhaupt einen Inji mit oder läuft jeder mit Kata rum und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Vorher hat man immer Regulation reingenommen und Leitung. Jetzt ist es halt Kata, Leitung, Inji, Regulation vielleicht immer noch. Also es ist schon ein bisschen vielseitiger geworden. Natürlich ist Kata übertrieben stark, gar keine Frage. Deswegen machen wir ja die Bills. Wenn ihr Probleme habt, Kata zu bekommen, ich habe da schon ein Video dazu gemacht, also die Zelle, Katalysator. Guckt euch einfach mal, ist so eine Woche, zwei ist es her, steht dann die OP-Zelle, Katalysator bekommen, Folge 370, ich weiß es nicht, müsst ihr mal gucken. Ja, auf jeden Fall ist es zu finden und da zeige ich eigentlich relativ gut auf, meines Erachtens, wie man eigentlich Katalysator schnell bekommen kann. Das sollte eigentlich für keinen Problem sein, da zumindest mal Kata 4 oder 5 zu bekommen, sodass man es ordentlich spielen kann, weil ich immer noch höre, dass Leute keinen Katalysator haben. So langsam sollte es doch jeder, der aktiv spielt, haben. Also da müsstet ihr schon relativ sehr viel Pech haben, sage ich mal so. Wenn ihr da auf die Zusatznutzenzellen geht, zwei verschiedene Zusatznutzenzellen zusammenbaut oder eine Dreier-Zusatznutzenzelle holt und mit Geld umwandelt. Ja, selbst wenn ich jetzt im Zwei-Tage-Rhythmus das mir hochrechne, irgendwann von der Chance her, ihr müsst ja schon rein theoretisch zehn Stücke haben oder so. Also es ist ja, ja, unten noch durch die Jagden kann es ja auch noch droppen unten in den Slayer-Kisten und so weiter. Also ihr müsstet es so langsam mal haben. Das nur so dazu, weil dann immer geschrieben wird, ja, du machst jetzt nur noch Cutter-Bilds, ich habe immer noch keinen Cutter. Äh, nö, das muss so langsam mal funktionieren. Ja, nur so dazu, sorry, es soll kein Vorwurf sein oder sowas. Ja, also haben wir ein bisschen gesprochen über Sword-Rework, wir sehen es, wir werden es sehen, wie es kommt. Bin ich echt mal gespannt und sehe das Ganze überhaupt nicht skeptisch und bin da echt absolut einfach nur froh. Ich habe gedacht, die machen da viel mehr kaputt, sage ich mal, mit so einem Rework. So viel haben sie gar nicht verändert, haben ein paar Sachen dazu gebaut, haben das Schwert vielseitiger gemacht. Finde ich eigentlich gut. Es taucht, es taucht hier gar nicht auf der Roadmap auf. Auf der Roadmap, wie gesagt, taucht nur verbundenes Slayer, Himmelsfischen und Story-Missionen auf. Gehen wir jetzt mal da drauf. Verbundenes Slayer. Forme ins Slayer-Bündnis aus bis zu drei Freunden und hebt durch das Zusammenspielen eure Freundschaft auf ein neues Level. Nach sieben Tagen wird euer Bündnis fertiggestellt und belohnt, jeden Einzelnen mit einem Preis. Dieser Preis könnte alles sein, von hilfreichem Verbrauchsmaterial bis hin zu einem brandneuen Kopfaccessoire, die Krone der Freundschaft. Denkt dran, die Shattered Isles sind sicherer, wenn ihr zusammenjagt. Dann sieht man hier so ein Bild mit verschiedenen Konzeptzeichnungen. Ich versuche euch das ins Video mit reinzuschneiden. Dann gucken wir uns das mal an, wie das dann tatsächlich später aussieht. Man sieht wirklich, sie versuchen immer mehr, die soziale Komponente in den Vordergrund zu stellen und da so ein bisschen was zu machen, was ich absolut feiere und auch gut finde. Jetzt haben sie schon verschiedenste Sachen da angekündigt mit Gilden, Rework, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon war. Ich glaube es noch nicht. Also die ganze soziale Komponente soll überarbeitet werden. Jetzt mit den verbundenen Slayern. Ich weiß gar nicht, ist das das, was sie vorher auch gesagt haben? Nee, das ist eigentlich ein neuer Punkt. Auf jeden Fall, man merkt, sie wollten unheimlich mehr da rein investieren, dass die Leute zusammenspielen und dafür belohnt werden, dass man sieben Tage hier mit drei Freunden zusammenzockt. Finde ich eigentlich gut, dass man so praktisch ein Team bildet, das war ja von uns auch mal so ähnlich vorgeschlagen, was die Prüfung halt angeht. Jetzt macht man halt so ein Team für normale Jagden und so und da hat man halt immer die drei Freunde da mit am Start und kann sich da, sage ich mal, da irgendwie aufleveln. Vielleicht kann man das auch in mehreren Teams und das beste Team gewinnt dann praktisch oder aus dem besten Team zieht man die Belohnung. Da kriegt man eine Silberkiste, eine goldene Kiste, eine Platinkiste, was weiß ich. Ihr wisst, wie ich meine. Je nachdem, welches Team dann am stärksten war. Zum Beispiel, ich spiele jetzt ein Team mit Bazzinator, Damien und so weiter. Und ein anderes mit Blacksnow und so weiter. Und dann das Team mit Blacksnow wäre dann besser und da würde ich da halt eine Kiste rausbekommen, das von Bazzinator nicht. Also so irgendwie stelle ich mir das vor. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das wirklich ist oder ob man dann wirklich ein Team festlegen muss und nur das Team kriegt Punkte. Keine Ahnung, werden wir mal sehen. Dann das Himmelsfischen-Update, 24. Juli 2020. Die Entwicklung des Himmelsfischen schreitet voran, aber wir sind immer noch damit beschäftigt, unsere schubbigen Freunden die Politur zu geben, die sie verdient haben. Das bedeutet, dass das Himmelsfischen nicht zusammen mit der Überarbeitung von Ramsgate starten wird. Wir geben euch allerdings Bescheid, sobald wir ein Veröffentlichungsdatum am Haken haben. Ja, also dann sind sie wahrscheinlich so in der letzten Phase, so hört sich das für mich an, wollen dem Ganzen noch eine Politur geben und jetzt kommt halt Ramsgate-Überarbeitung. Das finde ich eigentlich krass. Haben die sich irgendwo geäußert, dass die Ramsgate-Überarbeitung kommt? Das ist doch einfach so ein offenes Gerücht. Also es gibt mehrere so Sachen, die für mich irgendwie gerade im Moment komisch sind. Das Sword-Rework, klar, das haben sie jetzt angekündigt, sonst noch gar nichts. Also es kann sein, das Video kommt vielleicht heute Mittag hoch und ihr sagt, boah, jetzt ist es gerade angekündigt worden oder morgen oder sonst was, dass Ramsgate wirklich überarbeitet wird. Das ist ja noch gar nicht 100% safe, oder? Also nicht offiziell, das wurde irgendwo mal gesagt, bei Reddit oder sonst wo oder in einem Stream oder so, aber es ist noch nirgends offiziell auf ihren Seiten angekündigt, irgendwas. Oder wie das dann tatsächlich auch aussieht. Angeblich sollte es ja dann auch einen neuen Händler geben und so weiter. Jemand Neues wird euch erwarten oder so irgendwas stand damals in der Roadmap drin oder steht jetzt auch noch. Ich habe das jetzt nicht geöffnet. Also da bin ich einfach mal gespannt, was da tatsächlich passiert. Es wird ja nicht einfach nur Ramsgate ein bisschen umgekrempelt und das war es. Also die werden ja schon auch ein bisschen neue Inhalte reinmachen wollen. Vielleicht wäre es ja sowas gewesen, wie hier so ein Angeltyp oder sowas, der sagt, hier schwing deine Angel hier die Himmel runter und dann kannst du ein bisschen Fische aus dem Himmel ziehen. Ich weiß es nicht. Was mir noch aufgefallen ist, bei diesem Swerd-Rework-Video-Ding da, was ich zusammengeschnitten habe, müsst ihr mal darauf achten, einmal, ich glaube, gegen Skarn, Scherok, nee, Skarn oder Koschei oder so wurde da gekämpft auf der Insel mit dem Teich da und da stand oben auf so einer, ihr müsst mal genau gucken, so ein bisschen in die Umgebung, weiß ich jetzt nicht, ob ihr euch die Mühe machen wollt, da müsst ihr auch, ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist im Video, ja, da sieht man halt, wie auf dem Hügel so irgendwas ist, was man looten kann, was ich gar nicht kenne. Es sieht aus wie so ein Totem oder sowas. Also irgendwie, als ob man halt, oder ich habe mich massiv versehen, aber es sah nicht aus wie eine Pflanze, die ich kenne, vielleicht ist es auch einfach eine neue Pflanze, die ins Spiel kommt oder sowas. Ich bin da echt mal gespannt, also es sah irgendwie aus, als ob es neue Sachen auf den Inseln zu entdecken gibt. Ich will es mal so sagen, ihr könnt euch ja mal gerne in dem Video umgucken, ob ihr da was seht, wenn ihr nichts seht, da habe ich mich vielleicht auch getäuscht, sorry. Jo, also, das Himmel zwischen kommt an den Start, verbundenes Leia kommt an den Start und die Story-Missionen kommen. Wir entwickeln momentan Story-Missionen, Abenteuer, bei denen du gebeten wirst, mehr zu tun, als nur einen BMO zu töten. Begib dich mit deinem Lieblings-MPC auf narrativ fokussierte Missionen, um Ziele zu sichern oder neue Bedrohungen zu untersuchen. Diese Missionen bieten dir noch mehr Möglichkeiten, die Geschichte der Shattered Isles zu erkunden. Ja, soll gar nicht böse gemeint sein. Klingt für mich auch, also sie gucken im Moment ganz krass zu Monster Hunter, das ist Fakt. Also, mit dem Fischen, mit den erweiterten Story-Missionen. Mit dem Erkunden der Inseln, also das auf den Inseln, also mit dem Open-World-Modus, der so groß hier schwingt, was bei Monster Hunter die Expedition war. Ja, also ganz klar versuchen sie von Monster Hunter abzukupfern, was ich definitiv gut finde. Abkupfern klingt immer so böse oder sonst irgendwas. Ich finde es gut. Die Story-Missionen, ich brauche die nicht. Aber die waren trotzdem immer ganz nice. Beim Monster Hunter war das so, man musste auf eine Insel, zum Beispiel, stellt euch jetzt vor, Trax erscheint, also die Schattenesk- oder jetzt die Terra-Eskalation kommt. Und das heißt, vor der Terra-Eskalation, ein, zwei Wochen vorher, uh, neues BMOF wurde gesichtet oder irgendwas, oder eine unbekannte Macht. Ihr müsst auf die und die Inseln, irgend so eine Naturinsel, also die wir kennen, sag ich mal, die Startinsel da, mit vielen Bäumen und so. Und dort müssen wir die Bäume abklappern, also einfach so vorbeilaufen und dann kann man so Spuren sammeln oder so. Und wenn man dann genügend Spuren gesammelt hat, so ähnlich, ähm, ähm, äh, kündigen sie das ja hier an, die, äh, neue Bedrohungen zu untersuchen oder so, neue Ziele zu sichern. Ja, und dann geht dann so ein Balken hoch bis 100 Prozent und dann heißt ja, okay, du bist freigeschaltet für die Story-Mission oder so. So ähnlich, wie wir das jetzt auch erlebt haben mit diesem, äh, wie war das mit dem Akonit da, mit dem Schatteneskalation, als wir die 10 Millionen, äh, 10 Millionen Akonit sammeln mussten in der gesamten Community. So könnt ihr euch das vorstellen. So ähnlich ist das. Also sie machen gewisse Sachen ja auch schon. Die haben ja auch das Oster-Event schon gemacht, so Event-Quest und so weiter. Also man merkt, sie gehen da immer mehr Richtung Monster. Und da, wie gesagt, was ich sehr, sehr gut finde, dass die Waffen so, ich finde die Waffen generell die ganze Zeit waren schon sehr, sehr unterschiedlich, dass sie noch unterschiedlicher werden. Es wird auch immer schwieriger, also vorher, ich will das nicht abwerten meinen, aber ich sag mal so, ich bin ja Hammer-Main, ich bin Striker-Main, ich weiß, ich werde dafür zerrissen, ich bin schlechter Striker-Main, sind wir nochmal ehrlich. So, und, ähm, aber trotzdem, von den Strikern auf den Hammer zu wechseln und den zu spielen, sag ich mal, mit 80, 90 Prozent der Stärke, ist gar nicht so schwer. Man kloppt halt rein, man haut seinen starken Move dann rein, lädt seine Waffe nach. Da gibt es nur zwei, drei Sachen, die man eigentlich beachten muss, um die Waffe dann perfekt zu spielen. Und das wird jetzt immer krasser, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt Doppelklingen-Main und will jetzt zu Schwert-Main, also will Schwert heute mal richtig krass spielen, so prüfungsrelevant, da muss ich schon im Gehirn deutlich mehr switchen. Ich muss andere Kombos drauf haben und so weiter und so fort. Und das war ja vorher anders, vorher wiederkehrende Elemente und einfach reingepretzelt. Ja, das ist halt jetzt vorbei. Und, ähm, das finde ich schon eigentlich ganz cool, dass sie den Waffen so einen ganz speziellen Schliff geben. Das wäre schon cool, wenn sie das sogar noch mit Buffs machen würden. Das sage ich ja schon immer wieder, dass der Speer seinen Speer-Buff setzen kann mit Grit, dass die Pistole Geschwindigkeit setzen kann, dass die Striker, was weiß ich was, können, dass der Hammer seinen Schadens-Buff setzen kann und so weiter, dass jede Waffe so einen gewissen Buff-Heilungsfähigkeit, was auch immer hat, um noch mehr auch der Gruppe zu dienen. Ja, und das würde ich eigentlich noch mehr feiern. Aber, ja, das ist vielleicht mal Zukunftsmusik. Müssen wir alles mal sehen. Das war es schon. Also, Roadmap war gar nicht so viel verbundenes Leer, Himmelsfischen und Story-Missionen. Und, ähm, komischerweise, Swerd-Rework war dort gar nicht genannt. Aber ist ja auch klar, dass es halt jetzt am 30.7. kommt. Deswegen habe ich es mal mit hier ins Video genommen. Ja, und da bin ich echt mal gespannt, was die Woche noch angekündigt wird. Es wird bestimmt noch was kommen hinsichtlich Patch 1.3.3. Ich denke, da kommt mehr rein als nur Swerd-Rework. Ich denke, da könnte eine Überraschung kommen. Äh, ich weiß nicht welche, gar in Wirklichkeit, vielleicht ist es völlig irre, was ich da jetzt sage. Ich kann mich nur erinnern, dass sie mal irgendwann gesagt haben, Patch 1.3.3 wird ein großes Patch und wird Leute überraschen so auf die Tour. Da bin ich mal gespannt, ob sie da Wort halten. Swerd-Rework, äh, Ramsgate-Rework wäre ja schon einiges, wenn da noch ein neuer Händler oder sowas dabei wäre. Irgendwas anderes kommt vielleicht noch rein. Hm, das wäre schon jede Menge, muss man ja auch sagen. Ja, ich bin auf jeden Fall mal richtig gespannt, was auch mit der Terra-Eskalation da los ist. Da wurde ja auch so ganz kurz was geteased. Ja, müssen wir mal gespannt sein. Vielleicht wird es ja ein richtig krasses Ding nächsten Donnerstag und sie warten noch mal ein, zwei Tage vorher und knallen es dann raus. Ich will aber nicht zu viel sagen. Im Moment ist es eher noch, wie gesagt, nur Schwert-Rework und da gucken wir mal, was mit Ramsgate und so weiter los ist. Wird wahrscheinlich, wie gesagt, auch kommen. Ich drehe mich im Kreis, merke ich. Ich mache lieber Schluss, bevor ich mich totlabere. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich einfach auf die nächsten Tage. Es wird bestimmt geil. Haut rein, bis dann. Ciao.